Ab Verkaufsbeginn des neuen Renault Espace wird bereits viel Zubehör erhältlich sein, so zum Beispiel für den Transport, zum Leben an Bord, zur Karosserie-Individualisierung, zur Innenraum-Individualisierung und zum Karosserieschutz. Der neue Espace ist das erste Renault-Modell mit einer manuell einziehbaren Anhängezugvorrichtung. Die Vorrichtung wird mit einem Hebel am Stoßfänger entriegelt und dann mit dem Fuß unter den Stoßfänger gestoßen. So ist sie bei Nichtgebrauch verdeckt und geschützt und steht doch jederzeit zur Verfügung. Die Aufbewahrung erfolgt in einer speziellen Mulde am Unterboden. Die Aufbewahrung erfolgt in einer speziellen Mulde am Stoßfänger gestoßen.